Die Linke ist grundsätzlich gegen Krieg. Krieg kann nicht mit Krieg bekämpft werden, Gewalt kann nicht mit Gewalt bekämpft werden. Wir sind absolut gegen einen Militäreinsatz des Westens, gegen Syrien. Wir sind der Auffassung, die syrische Zivilbevölkerung, die unendlich unter diesem Bürgerkrieg leidet, braucht keine Soldaten und keine Bomben, sie brauchen Ärzte, Medikamente und Lebensmittel. Die Linke wird alles dafür tun, dass es nicht zu diesem Krieg kommt. Wir werden auch zusammen mit der Friedensbewegung auf die Straße gehen, gegen einen bevorstehenden Militäreinsatz in Syrien. Millionen Menschen in Syrien fliehen vor dem blutigen Bürgerkrieg. Sie fliehen auch deshalb, weil wenn Assad gegen Al-Qaida am Kampf sind, gibt es keine Seite, auf die man sich einfach positiv beziehen kann. Diesen Menschen muss geholfen werden. Was ihnen helfen kann, ist ein sofortiges, striktes Waffenembargo. Das heißt, Medizin und Lebensmittel sollen und können die Grenze passieren, aber keine einzige Waffe darf mehr über die Grenze nach Syrien gelangen. Und es braucht eine Unterstützung der Flüchtlinge. Das heißt, die Länder Europas zum Beispiel müssen Flüchtlinge aufnehmen und die Flüchtlingscamps außerhalb von Syrien brauchen eine starke Unterstützung und eine gute Infrastruktur. Was diesen Menschen auf keinen Fall hilft, ist, wenn jetzt auch noch der Westen eingreift, das würde den blutigen Bürgerkrieg nur noch verschärfen.